Ihr habt gesagt, ihr wollt eine chinesische Straße mit sechs Spuren sehen? Leute, das hier sind sechs Spuren in eine Richtung. Mitten in der Straße, es ist keine Autobahn. Das hier ist quasi die Hauptverkehrsstraße in Shenzhen mit sechs Spuren in eine Richtung. Wobei es eigentlich fünf sind, denn hier ist ja noch eine Ausfahrt, die gerade abgeht. Und wenn wir weiter nach rechts schauen, dann sehen wir eine Baustelle. Hier werden nämlich die Spuren in die andere Fahrtrichtung auch auf fünf Spuren erweitert. Und weil es immer noch nicht genug war, hier sind noch drei Seitenspuren. Und? Gibt es das in eurer Stadt auch so?